Was ist Status Asthmaticus? Status Asthmaticus ist ein lebensbedrohlicher akuter Asthmaanfall, der nicht durch Inhalatoren oder andere gängige Behandlungsmaßnahmen gelindert wird. Die Atemwege entzünden sich und verengen sich zu einem Punkt, an dem das Atmen sehr schwierig wird, und eine Person kann möglicherweise das Bewusstsein verlieren, wenn der Zustand nicht sofort angesprochen wird. Sobald der Patient in die Notaufnahme eingeliefert wird, erhält er normalerweise Sauerstoff- und intravenöse Medikamente, um die Atemwege wieder zu öffnen. Nach einer sofortigen Behandlung kann ein Spezialist Medikamente zur Behandlung der Symptome verschreiben und den Patienten darüber informieren, wie zukünftige Angriffe verhindert werden können. Asthma ist eine sehr häufige Erkrankung bei Erwachsenen und Kindern. Allergene, kalte Luft oder intensive Bewegung reizen die Atemwege und lösen eine Reaktion des Immunsystems aus, die zu Entzündungen und Verengungen führt. Die meisten Menschen, die an Asthma leiten, finden bei akuten Anfällen Erleichterung, indem sie Bronchodilatatoren, Eingeatmete oder Oral-Einzunehmende Medikamente verwenden, die Entzündungen lindern und die Atemwege ausdehnen. Bei Status Asthmaticus sprechen die Atemwege jedoch nicht auf Bronchodilatatoren an. Schwellungen und Verengungen neigen dazu, sich im Laufe von Minuten oder Stunden zu verschlechtern. Eine Person, die den Status Asthmaticus erlebt, leidet wahrscheinlich an intensiver Brustverengung, Kurzatmigkeit, Angstzuständen und Verwirrung. Husten oder Keuchen kann anfangs auftreten, und wenn sich der Zustand verschlechtert, können sich Lippen und Haut blauf haben. Ohne Behandlung kann der Sauerstoffmangel in der Lunge und im Blut zu Schwindel führen, zu einem Verlust der motorischen Fähigkeiten und zu Bewusstlosigkeit. Eine Person, die an Status Asthmaticus leidet, muss so schnell wie möglich in einer Notaufnahme untersucht werden, um tödliche Komplikationen zu vermeiden. In der Notaufnahme können Ärzte Sauerstoff und Flüssigkeiten verabreichen, um den Patienten stabil zu halten. Ein Arzt führt normalerweise einen arteriellen Blutgastest durch, um den Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt im Blut zu bestimmen. Während des arteriellen Blutgastests wird mit einer Spritze eine Blutprobe aus einer Arterie entnommen und von Laborexperten analysiert. Ein Arzt kann auch eine Thorax-Röntgenaufnahme durchführen, um auf Anzeichen von Lungenentzündung, Verstopfungen und anderen Zuständen zu suchen, die die Behandlung komplizieren können. Erste Behandlungsmaßnahmen für den Status Asthmaticus umfassen die Verabreichung intravenöser Bronchodilatatoren und oraler Steroide, um die Atemwege zu öffnen. Ein nicht reagierender Patient kann auf ein mechanisches Beatmungsgerät gesetzt werden, um Lungenversagen zu verhindern. Sobald die Entzündung abgeklungen ist und der Patient selbst atmen kann, können die Spezialisten zusätzliche diagnostische Tests durchführen, um eine dauerhafte Schädigung der Atemwege zu überprüfen. Die meisten Menschen, die wegen ihres Asthmaticus-Status eine Notfallbehandlung erhalten, erholen sich vollständig. Vor dem Verlassen des Krankenhauses trifft sich ein Patient normalerweise mit einem Spezialisten, der seine Asthma-Auslöser bestimmen und Wege vorschlagen kann, um sie besser zu vermeiden. In der Regel werden einem Patienten täglich oral einzunehmende Medikamente verschrieben, um die Symptome zu behandeln, und ein hochfester Bronchodilator-Inhalator kann verwendet werden, wenn ein anderer Anfall auftritt.